Luten Tag läuft zu einer Runde Male Party, Part 1, weil ich glaube, es gibt nur ein paar Trailblazers, die werden wir noch sehen. Die, äh, diese Speedball ist gerade offline gegangen und ich hätte sie noch eine Runde mitgespielt, aber das kann mich nur nicht ändern. Dann werden wir uns da dahin geguckt. Was? Mit zwei. Wenn es eine schlechte Runde wird, dann hält ich einfach auf. Dann stelle ich mich ins Eck und schmolz. Das habe ich nicht gesehen. Black, oder? Der ist mir raus, Joichi. Und da ist der schon wieder. Ähm, nein. Wo ist denn das? Ich würde das Gefühl, ich Wolken kriege. Naja. Ich brauche nicht die Welt. Gucken wir mal. Oh, so. Das kann, dieses Gehört von, ähm, irgendein, äh, weißt du, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, war krass. Was war's denn? Stein spürt, echt? Das war's denn? Ich bin ja so. Danke, das wurde es. Ich bin ja so. Nee, ich bin ja so. Ich bin ja so. Ja. Ich bin ja so. Bist du mal? Eins. Ahn! Eine Ausreißen. Wie viele Birke kommt in Köln, was ich noch beschrieben habe. Zehn, fünf, neun, acht, fünf. Und schon wieder falsch. Alter, ich hab's jetzt auf. Nieu, 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 ähm... Wie ist es zwei? Das weiß ich. Ich darf auch mal was falsch schauen. Und, das war's jetzt auch, oder? Wie, welche Farbe hat die von Google, ähm... Ich weiß, ähm... Was ist selten? Blau! Na, 18. Nee, das sind vielleicht immer 15. Ich hab' ich auch ein bisschen aufgenommen, aber... ... die Aufnahme gehen abfanden, und... Ja. Ich hab' jetzt gerade eben vier schmackhafte Runden, ähm... ... die Ampult aufgenommen. Ja, ähm... Ja, ähm... ... das ist die... ... die Aufnahme gehen abfanden, ähm... ... die Aufnahme gehen abfanden, ähm... ... die Aufnahme gehen abfanden. ... die Aufnahme gehen abfanden, ähm... ... den Weg nicht! Ja, das ist... ... die Aufnahme gehen abfanden... ... die Aufnahme gehen abfanden. Ja, das ist ja auch so viel. Ich bin ja auch so viel. Ich bin ja auch so viel. Aber das erwarte ich mir nicht. Mh... Yay! Ohne besser wurde ich... Oh, das sagen sie nicht. Mh... Drei. Ich finde hier wieder gut an. Ich hab jetzt 2x5 und 10. Mh... Mh... Oh, 16 so. 10 plus 6 ist 16, wuhu! Wirklich Newton. Äh, ich hab schon ein Gefühl, das Geil hier aber wir können sie haben. Bip, bip, bip. Ich hab hier schon noch raus. Oder? Bip, 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 bop, bop, bop. Das ist schon ein Frage mit dir. Ja. Ja, ich bin raus, oder? Ja. Wolle, ich kann es für mich. Und raus! Ich hab gar keinen Bock. Von Michigan. Ich will meinen Plan für heute noch unter Moralcraft, Aura-PVP, Survival-Games, Bad Wars, Ender-Games und natürlich auch Skywars. Das nehme ich heute noch alles auf und vielleicht noch so ein bisschen... Science. Das war's von dieser Folge. Ich hab keinen Bock mehr. Und ich werde auf jeden Fall irgendwo anders dabei. Ich ziehe also... Okay, jetzt. Boah, ich bin 15, oder? Nein. Was zieht ihr da? Uuuuh. Du, 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 du. Du, 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 du. Jumping One. Naja. Hab ich ja grad eben eine Stunde lang gespielt. Oh ne, dieses Jamon. Ich bin nur das andere. Nee, Alter. Ich kann's jetzt. Nein. 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 Und ich bin 15, oder? Sagen wir mal. 15. Ja. Das mach ich nicht. Okay. Waaah. Wie Dauer. 30 Sekunden. Ja, war nicht klar. Aber das ist eine Game schaffen wir jetzt nicht. Oder? Ist das nicht Game noch? Oh, ach. Vielleicht hier ein Cup. Okay, gleich kommt ein Cup 2 raus.